Und damit seid mir herzlich wieder willkommen zurück bei The Last of Us, hier bei mir auf diesem Channel Bionstorm und wir sind hier immer noch in diesem Gebäude unterwegs, wo wir hier im Gebiet der Clickersbombatan uns befinden und mal gucken, schauen wir mal. Wir sind von da oben gekommen, müssen jetzt hier irgendwie hier unten lang. In der letzten Folge haben wir ja quasi hier uns fortbewegt. Warte mal, können wir das hier aufnehmen? Warte mal, wir müssen mal gucken hier. Wie können wir das denn überhaupt nochmal aufnehmen? Wie war denn das? Also, mit Dreieck. Mit Dreieck könnten wir das aufnehmen. Sehr gut, wir haben jetzt wieder auch ein Millicat am Start. Der Kollege hier sieht gar nicht so gut aus, der hat seine besten Zeiten hinter sich. Ein Arm ist natürlich abgefressen und ja, ihr fragt uns sicherlich jetzt, wie es jetzt hier weitergehen wird. Wir werden jetzt hier einfach mal höher rüber gehen, denke ich mir mal. So, Klatsch. Moment. Oh, was haben wir hier? Eine Kommode? Steht uns im Weg vor. Eieieieiei. Ist auch gar nicht laut oder so. So, mit Kreiskömmen wir uns verduken. Ich habe es nicht. Gehen wir wieder hoch? Ne. Boah, das ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Los, Eddie. Geh. Wir müssen hier leider rüber. Kommen wir ja nicht anders durch. Und die Aussicht ist hier echt mal wieder ein bisschen atemberaubend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, das Teil hält jetzt. Wir müssen jetzt hier auf die andere Seite. Joachim. Woh, 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 woh. Joachim, los. Joachim, los hoch mit dir. Wir müssen dabei. Aber... Kommen wir ja nicht drum rum. So, und damit befinden wir uns hier wieder in dem Hausflur. Natürlich übers Fenster. Und wir schauen mal. Ach du Scheiße. Ich habe ein echt komisches Gefühl. Und hier ist eine Waffe. Neue Waffe. Wir haben jetzt einen Revolver. Ja, geil. Mit Steuerkreuz kannst du das auswählen. Waffenplätze. Du kannst mehrere Waffen mitnehmen. Als du Halfter hast, zusätzliche Waffen werden in deinem Inventar abgelegt und können gegen einen ausrüsteten Waffen ausgetauscht werden. Okay. Wähl eine Waffe, austauschen, aus. Halte X gedrückt, in deinem Inventar aufzurufen. Sehr cool. Ah, okay. So geht das. Wir bleiben aber erst mal noch bei dieser Waffe. Und... Und... Hä? So. Warum? Ah. Muss ich das jetzt machen? Na, dann machen wir das. Ja. So. Die haben jetzt ausgerüstet. Ich seh mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Was? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab doch gerade was gehört. Da muss ich wohl da jetzt runter. Bleibt mir... Keine andere Wahl. Scheiße. Da ist auch schon wieder. Wow. Ist schon heftig. Stange nehme ich mit. Schleich uns an. Alter! Nimm das, Junge! Fick dich, Junge! Fick dich! Nimm das! Nimm das! Das, das, das! Ein Clicker, ein Clicker, ein Clicker! Nein! Shit! Aber er beißt mich. Nein, ich bin tot. Oh, shit. Infizierte Runner können... Äh, Lupp können sehen. Sei vorsichtig, wenn du dich ihnen näherst. Nicht gut. Gar nicht gut. Vielleicht muss ich mich mal... Vielleicht muss ich mich mal... Komm, du hast es gleich hinter dir. Du hast es gleich hinter dir. Okay, wir müssen hier also schleichen. Wo ist der Modus? Da hinten ist einer. Okay, wir haben noch vier Stückchen unten. Und die sind alle infiziert. Ah, verdammt, da ist ein Clicker. Ich hoffe, der hört uns nicht. Ah, Leute. Okay, wir müssen vorsichtig sein, Lieben. Wir müssen vorsichtig sein. Das hilft dir alles nichts. Da ist ein Clicker. Scheiße. Okay, ihr könnt kommen. Wow, Alter. Ich bin fast tot gewesen. Scheiße. Verschwinden wir von hier. Ja. Alles mitnehmen, was wir hier so finden. Da ist noch eine Waffe. Nehmen wir alles mit. Liegt hier sonst noch was um hier? Leute, 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 Leute. Das war jetzt eben ein Akt. Der ist tot. Leider ist auch meine Brechstange kaputt gegangen. Aber was soll's. Hilft dir alles nichts. Äh... Licht. Es werde Licht. So, hier ist noch eine Dose. Ich muss mal irgendwie jetzt was zu mir nehmen. Okay, wir haben jetzt einmal ein Mediket genommen. Wir werden das hier auch noch aufsammeln. Das können wir immer gut gebrauchen. Wir schauen uns hier aber erstmal noch ein bisschen um. Vielleicht haben wir hier nämlich noch was. Ein Riegel. Wir brauchen ja nämlich auch Zeugs, um uns ein bisschen zu heilen. Denn diese Kampfeinlagen sind doch schon ziemlich relativ... ...übelst. Das sag ich jetzt mal so. Äh... Wie nehmen wir das denn? Okay, ich bin voll. Wir kriegen das hier nicht mehr mitgetragen. Scheiße, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, wir müssen doch hier... ...das irgendwie... ...aufnehmen können. So. Können wir das jetzt nehmen? Nee, können wir nicht nehmen. Ah, wie kann ich denn das jetzt verwenden? Okay. Okay, anscheinend mal kann ich das erstmal nicht verwenden. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. So, was haben wir jetzt? Es hieß ein Ziegelstein. Hier ist, glaube ich, auch nichts mehr weiter hinten. Schade, dass es ein bisschen begrenzt ist, was man so tragen kann. Aber gut. Sei es drum. Flaschen. Und Cass hat ja schon mittlerweile nach uns gerufen. Wo sind die? Wo sind sie zwei? Bestimmt hier irgendwo. Hier ist noch ein... ...Stab. Okay. Oh, hier liegen überall Schokoriegel und wir können das nicht aufsammeln. Schade. Echt schade. Wie kann ich eigentlich das Midi-Cat benutzen? Das frage ich mich jetzt ehrlich gesagt. Hier ist das ja Duken. Ich muss ja irgendwie... ...Hinweis. Ach, guck mal einer an. Es wird uns ein Hinweis angezeigt. So, wir müssen die jetzt erstmal suchen. Die sind hier hochgeklettert. Ach, da oben sind sie. Okay. Ihr zwei. Ich spinne da. Und lass mich raten. Ich muss das hier wegziehen. Hey. Ist auch gar nicht laut oder so. Ist ein schweres Teil. Hey, das los. Gears, lass uns gehen. Bitte, hör mal, Eddie. Okay. Sehr gut. Finde ich nice. Sieht alles schon sehr richtig cool aus hier, muss ich sagen. Also, das Spiel gefällt mir. Allerdings... ...finde ich das ein bisschen schade. Dass hier so ein bisschen mit dem Inventarplatz eingeschränkt ist. Siehst du? Alles klar. Aha. Oh, was liegt da noch? Kommen wir uns auch nochmal an. Schere. Ah, und wieder so ein Mini-Dings. Warum können wir diese Snack-Dinger nicht einsammeln? Wir sind ja mit der Gesundheit ja... ...quasi auch gar nicht voll. Okay, wir kriegen das einfach nicht eingesammelt. Finde ich schade. Aber hier so Lumpen-Zeugs oder so. Das kriegen wir eingesammelt. Aber das, denke ich mir mal, brauchen wir bestimmt auch fürs Craften. Denn wir können ja hier uns auch... ...Zeugs bekräften. Dann mal los. Wow, hier geht's aber tief runter. Wir gehen wir's an. Alter. Das ist die reinste Bruchbude hier. Aber was will man ja auch anders erwarten in einer apokalyptischen Welt? ...deinfiziert ist und die Natur sich quasi alles wiedergeholt hat. Und da ist ein Bürostuhl. Das hängt einfach mal von der Denke runter. Geil. Das ist aber ein hässlicher Bürostuhl. So, wir gucken mal hier auf unserem Radar. Ob hier nicht irgendwie was... ...in der Nähe ist. Ne, ist nicht. So, jetzt frage ich mich jetzt allerdings, wo gehen wir lang? Ich denke mir mal, wir werden hier runter gehen. Aber auch ein bisschen vorsichtig sein. So. Vorsichtig. Ja. Schön vorsichtig sein. Okay. Da werden wir nicht lang. Unsere Lampe, die hatte gerade wieder eine kleine Störung gehabt. Das finde ich auch sehr cool in diesem Spiel. Es geht zwar nicht auf die Batterie, aber wir haben leichte Störungen hier in diesem... Oh, das sieht alles sehr cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben sie schön detailliert dargestellt. Ich traue dem Frieden hier irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich traue dem Frieden hier irgendwie nicht. Alles einsammeln, was wir finden. Wir müssen jetzt bestimmt hier lang. Weißt du, ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erst mal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Okay, hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Ach, okay. Da geht es also lang. Hättet ihr mir auch sagen können. Alter. Guten Tag, Kollege. Wie ist eigentlich die Lage hier? Kann man hier sich dieses Häuschen mieten oder... Ne? Okay, gut. Oh, ich höre so komische Geräusche. Aber bis jetzt ist, glaube ich, noch kein Klicker in der Nähe. Aber wir müssen, glaube ich, hier hoch. Oh. Wir müssen hier lang. Und hier hoch, wa? Ja, komm du mal. Tess, Ellie. Alles klar. Sehr gut. Kann man sich auch sehr, sehr leicht verirren, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Okay. Gut. Aber liebe Freunde, ich sehe schon, wir sind hier wieder am Ende angekommen. Wir sind bei 20 Minuten und noch was. Ich werde jetzt an dieser Stelle erstmal eine Aufnahmepause machen. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet weiterhin viel Spaß gehabt hier mit diesem Spiel und mit meiner Wenigkeit hier auf diesem Channel. Ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.